Wir sind noch nicht ganz durch, hier haben wir was. Prodigy. The Day Is My Enemy. Ja, das war das Album von vor zwei Jahren, glaube ich. Oder letztes Jahr. Ich glaube vor zwei Jahren war das. War ich zu auf einem Konzert, habe ich meine beiden Brüder mit eingeladen. War sehr geil, das Konzert. Also Prodigy, wer Prodigy nicht kennt, hat die Welt verpennt. Ich würde sagen, die beste Elektro-Rockband, die es je geben wird, kann und so weiter. Aber muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Live, absolut nochmal eine Nummer geiler als auf der Platte. Ja, kaufe ich mir immer alle Alben. Einfach, weil es geile Musik immer ist. Garantied.